Willkommen zu den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander. Unbestätigte Informationen könnt ihr auf SPEC erwarten und los geht's. Gleich nach der letzten Folge hat Moandelo ein neues Patent gefunden. Diese wurde von Intel Corp. eingereicht. Die vorliegende Offenlegung beschreibt die Edge Computing über eine disaggregierende Funk-Zugangsnetz-Infrastruktur durch dynamische Edge-Daten-Extraktion. Hm, wie Patente so sind, behandeln sie immer neue Methoden und viel Zukunftsmusik, deswegen ist das Patent hier ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Vielleicht kann mir ja einer unten in den Kommentaren beschreiben, worum es sich hier handelt. Außerdem habe ich selber in dem Dokument keine Referenz zu IOTA gefunden, aber Moandelo hat sich bis jetzt immer als zuverlässig herausgestellt. Es gibt ein neues, großes Projekt im Ökosystem von IOTA, Nakama Labs. Ein Risiko fangt der darauf abzielt, die zukunftszentraler Web3-Anwendungen für alle zugänglich zu machen. Das Team umfasst jetzt schon über 15 Personen, darunter Daniel DeMichel und Dominic Schiner. Laut dem Blogbeitrag gibt es schon zahlreiche D-Apps und Partner, die bald alle angekündigt werden. Das erste Projekt wurde sogar schon veröffentlicht, Accumulator. Die letzten Abstimmungen ist seit ein paar Tagen durch und ihr könnt das Ergebnis in Firefly begutachten. Mit 54 Prozent wurde dem Antrag auf Erhöhung des Schimmersupplies zugestimmt. Da im Vorfeld viel Trubel um diese Abstimmung gab, änderte sich das Ergebnis drastisch. Liefer die Abstimmung länger, hätte sogar das Ergebnis anders ausfallen können. Hier sieht man deutlich, wie gut die Funktion der Abstimmung läuft. Man braucht nicht nur die Masse an IOTA-Token, sondern auch Zeit. Somit kann man in kurzer Zeit spannen das Ergebnis nicht abändern. Die neue Runde von Assembly Staking hat vor einer Woche gestartet. Das heißt, wenn ihr eure IOTA-Token wieder staken wollt, müsst ihr das wieder in der Firefly App erledigen, schnell und unkompliziert wie immer. Auch berichtige ich mich von der letzten Folge oder vorletzter Folge. Dort behaupte ich, dass es sich um die letzte Runde handelt. Meine nicht vorhandene Redaktion hat dies wohl abgesegnet. Deswegen die Klarstellung, es handelt sich hierbei nicht um die letzte Runde. Diese Information ist falsch. Fehler können passieren. Do your own research. Kommen wir zu einem weiteren neuen Projekt, Amnesia Cache. Amnesia Cache will ein Treiber für Privacy-First-Anwendungen sein. Damit können wir alle sichere und relativ anonyme Zahlungen tätigen. Hierfür wird das sogenannte Zero-Knowledge-Proof-Prinzip benutzt. Die Entwicklung ist nach Angaben des Blockbeitags fertig und werden auf die Freigabe von Schimmer gewartet, da hierfür Smart Contracts gebraucht werden. Das Ganze basiert auf Tornado Cache oder dem Fog davon, welches gerade von der US-Behörde verfolgt wird. Die Leute hinter Amnesia wollen dennoch weitermachen und auf Tornado Cache setzen. Die Zeit wird zeigen, wie das Projekt weiter voranschreitet und ob es Gründe für Skepsis gibt. Auf CoinMarketCap strahlen wir mit Präsenz nicht nur Platz 8 der wachsenden Projekte, Platz 5 der meistgesehenen Artikel oder wieder mal Top-Artikel auf der Webseite von CoinMarketCap. IOTA zeigt die wahre Stärke, Durchhaltevermögen und Kontinuität. Viele außerhalb der IOTA-Bubble bekommen tagtäglich mit, wie IOTA sich entwickelt und mit solcher Platzierung sieht man deutlich das wachsende Interesse. Das Smart Contracts Team hatte eine neue Sitzung, die könnt ihr alle auf YouTube ansehen, diesmal mit dem Thema Bridges. Die Firefly Beta App hat ein neues Update bekommen und ein paar interessante Neuerungen. Eine davon ist das Hinterlegen von quasi Geschenken. Diese kosten weniger Glow, als wenn man eine normale Transaktion tätigt. Bleiben wir bei der Firefly App. Das Team dahinter postet auf GitHub ein Update. Für die Mobile App gibt es nun eine Beta-Phase. Dieser Beta kann alles, was auch die Firefly Version 1.0 kann. Als nächstes werden weitere Funktionen wie die lang erwartete biometrische Anmeldung implementiert. Ziel ist es so schnell wie möglich den Release zu starten, bevor Stardust kommt, damit man auch gleich Schimmer unterstützen kann. Die Firefly Schimmer App wurde ebenfalls erwähnt. Die Neuerungen habe ich in den letzten zwei Episoden schon erwähnt. Hinzu kommt, dass die Arbeiten an der Unterstützung von Ledger Nano kommen und das Claiming von Schimmer Token. Diese zwei Sachen sind nach den Aussagen sehr weit fortgeschritten. Auch die Unterstützung von NFTs hat schon begonnen. Kennt ihr das? Ihr wollt IOTA jemanden schicken und die Adressen sind so kryptisch, dass man immer Angst haben muss, dass man was Falsches eingegeben hat oder falsch kopiert hat. Wäre es nicht besser, eine einfachere Möglichkeit diese Adressen zu haben? Die Zentangle bietet bald sowas an. Einen Namensadresse. Das Ganze ist schon bei Ethereum möglich und wird ENS, Ethereum Name Service, genannt. Als Beispiel wäre da Alexander.IOTA oder ProbablyNothing.IOTA möglich. Aber das könnte nicht nur eine Wallet sein, sondern auch gleichzeitig eine Webseite, Integration für die Apps oder sogar der Login mit IOTA. Auch ein neues Listing von IOTA und diesmal auch die Native Token können wir begrüßen. Bitforex nimmt IOTA auf. Garrett Jin, einer der Founder von Bitforex und TanglePay, lässt auch durchsickern, dass Schimmer gelistet wird. Bitforex ist in Asien mehr verbreitet als in unseren Gegenden. Hut ab vor diese Leistung. Der asiatische Markt ist einer der größten und wäre für IOTA und Schimmer ein großer Segen. Kommen wir wieder zu einem Thema, wo ich eigentlich dachte, dass es keinen großen Wellen schlagen wird, weil jeder lesen kann und Zusammenhänge vor allem alles richtig deuten kann. Ein IOTA Foundation Mitglied hat seine Gedanken einfach so bei Discord preisgegeben, wie kann er nur. Oder ob man nicht bei IOTA doch noch Gebühren oder eine Inflation einführen soll. Daraufhin sind alle ausgerastet, obwohl es nur ein Gedanke war, nichts Offizielles. Daraufhin haben sich viele andere IOTA Foundation Mitglieder gemeldet und ebenfalls ihre Meinung gesagt. Was fällt ihnen nur ein? Unter anderem Hans Moog, der dagegen war und beiläufig zweimal mit Austritt aus dem Projekt drohte, falls das doch noch Gebühren eingeführt werde. Da genau das die Vision von IOTA war und er dabei arbeiten möchte. Dreimal dürft ihr raten, was das in der Community ausgelöst hat. Panik. Unverständnis und Wut? In Telegram und Discord kursierten dann einfach gesagt folgendes, Hans Moog kündigt. Dabei war es vor allem nur ein Gedanke, nichts Offizielles. Um hier nochmal klarzustellen, Hans Moog wird die IOTA Foundation nicht verlassen. Glaubt niemanden und liest die Tweets im Zusammenhang. Es lohnt sich nicht aus zehn Tweets genau einen rauszusuchen, wo steht, ich verlasse die IOTA Foundation. Wenn da nicht ein Aber kommt. Ich dachte, die IOTA Community ist erwachsen und versteht Zusammenhänge einer Kommunikation. Es ist traurig zu sehen, dass die Menschen einfach alles als gegeben hinnehmen, ohne eigenen Recherchen, ohne die Hinterfragung eigener Aussagen von einigen Menschen. Und das Beste ist, wenn irgendwelche Leute dann genau diese Aussagen auch noch posten und weiter Öl ins imaginäre Feuer schütten, wo es überhaupt nicht brennt. Zum Glück hat das alles am Preis nichts getan. Mittlerweile traue ich euch da draußen alles zu. Bleibt bitte alle ruhig. Nehmt nicht alles sofort für gegeben hin, nur weil irgendwer irgendwo irgendwas postet. Vor allem, wenn es aus dem Zusammenhang gerissen wird. Ich wiederhole es einfach nochmal, Hans Moog verlässt nicht die IOTA Foundation und es werden auch keine Gebühren eingeführt. Dennoch müssen viele verstehen, dass man über alles reden muss. Auch wenn die Themen nicht jedem gefallen, aber sie müssen erwähnt werden. Forschung in einem komplett neuen Feld funktioniert ebenso. Schlimmer wäre es einfach, alles irgendwie fertig zu kriegen und nicht alle Aspekte berücksichtigt zu haben, um später wieder alles zu ändern. Klar dauert es dadurch länger und klar verstehe ich, dass viele endlich ein Produkt bei IOTA sehen wollen. Aber das Geschrei wird eben wieder lauter, wenn das Zeug halb fertig auf den Markt rauskommt. Ihr seht es schon, egal wie man es macht, euch allen da draußen kann man es eben nicht recht machen. IOTA soll transparent sein. Ist ihr es, schreien alle rum. Ist ihr es nicht, schreien alle rum. Also, ruhig bleiben, nicht in Panik versetzen, wenn Discord und Telegram brennen. Erst wenn etwas offiziell angekündigt wird, solltet ihr eure Stimme erheben. Bis dahin wird nur konstruktiv geredet und Meinungen ausgetauscht. Und genau wie die Überschrift nur ein Teil der Wahrheit aussagt, sagt der Inhalt was komplett anderes. Nehmt euch das zu Herzen und wir sehen uns bei einem nächsten Video. Ciao, ciao.